Jo, Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Also heute ist mein Thema Babybrei mit Kinderkeks. Gut Nacht, Mio, Milchbrei. Sehr schmerzhaft. Kann man ein bisschen Zucker reinmachen oder nicht Zucker. Wusste man ja nicht unbedingt. Ihr wisst ja, Silvio und Lenny, die mögen das. Also Silvio nicht mehr so, der Lenny halt. Und ganz genau. Ich habe auch noch anderes mit Banane. Ich hatte ja auch Thema Banane schon. Genau, und ich finde das einfach sehr aktiv, hip. Für sechs Monate werde ich jetzt machen. Für die zwei. Und ganz genau, das mache ich jetzt. Schmeckt sehr, sehr lecker. Und ja, das ist ein YouTube-Video. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal Babybrei gegessen habt. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich wollte eigentlich gleich nach vorher schon das YouTube-Video drehen. Bevor ich einen Piep mache, einen Homo. Aber ich habe halt erst das gemacht. Und dann habe ich halt jetzt erst das YouTube-Video gedreht. Deswegen, egal, YouTube-Video ist jetzt gedreht. Lade ich morgen hoch. Dann muss ich morgen nicht mehr machen. Ich sage Wiederschauen und Reingehauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstagabend. Lass ihn bauen. Halb elf. Dies war nicht so spät. Geht auch früh um. Und ja, schreibt immer in die Kommentare, ob ihr es auch feiert. Allgemein Babybrei. Und ich sage Wiederschauen und Reingehauen. Bis dann. Und schreibt immer in die Kommentare, für wen es ist. Für euch oder für eure Kinder. Und ja, Maschallah. Bis dann. Ciao, ciao.